Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Wolfgang Wegert. Ich bin einer der Pastoren am Gemeinde- und Missionswerk Arche in Hamburg. Das ist eine evangelisch reformierte Freikirche. Und jeden Montag lesen wir eine Andacht aus dem Andachtsbuch Leben aus Gottes Wort. Heute geht es um die Frage des Glaubens. Es gibt leider viele Menschen, auch viele Christen, die meinen, der Glaube, das sei so etwas, was jeder so haben kann und über den er verfügen kann. Dem ist aber nach dem Zeugnis der Schrift nicht so, sondern der Glaube ist ein Geschenk, wie alles, was wir im Leben haben, ein Geschenk ist und wir es nicht selbst verdient haben. So auch der Glaube. Jetzt will ich aber in den Text hineingehen und dann die Andacht dazu lesen. Sprüche 16, Vers 20. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen. Und dann wohl dem, der auf dem Herrn vertraut. Wohl dem, der dem Herrn vertraut. Manche übersetzen Menschen auch glückselig, der dem Herrn vertraut. Menschen, die Gott vertrauen, sind also demnach glückliche Leute. Dieses Gottvertrauen, dieses ihm von Herzen glauben, ist aber leider nicht jedermanns Ding, wie die Bibel in 2. Thessalonicher 3, Vers 2 sagt. Obwohl es eine Forderung Gottes an alle Menschen ist, ihm zu glauben, kann das von sich aus kein einziger natürlicher Mensch. Mit dem Glauben ist es nämlich wie mit den Geboten. Gott fordert sie zu halten. Aber aus sich selbst heraus ist kein Mensch dazu in der Lage. Das Gesetz ist ebenso wie der Glaube, nämlich geistlich, so sagt es uns Römer 7, Vers 14. Aber der gefallene Mensch ist nicht geistlich, sondern er ist fleischlich und nimmt vom Geist Gottes nichts wahr, wie die Bibel sagt. Darum kann er auch nicht lebendig glauben und vertrauen. Möchtest du glauben und Gott vertrauen und glückselig sein? Dann brauchst du eine neue Natur, denn nur ein aus Gott Geborene kann glauben. Johannes lehrt dies ganz deutlich, wenn er schreibt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist aus Gott geboren. Die Wiedergeburt ist also Voraussetzung, um glauben zu können. Deshalb sagt die Bibel, dass nicht der Mensch, sondern Jesus der Anfänger unseres Glaubens ist. Er beginnt den Glauben in einem Menschen. Wenn er in seiner Gnade den Glauben nicht wirkt, kann kein Mensch Gott vertrauen haben. Ein nichtgläubiger Ehemann sagte einmal zu mir, ich wünschte, ich könnte so glauben, wie meine Frau. Sie konnte es, er aber nicht. Sie war von Neuem geboren, er aber nicht. Darum konnte er nicht Gott vertrauen. Glauben, liebe Freunde, ist also nicht eine Kleinigkeit, die jeder einfach so kann. Glauben ist ein außergewöhnliches Vorrecht, ein Privileg, eine unverdiente Gnade. Denke einmal darüber nach, welch eine Gunst es ist, dass es gerade dir gegeben ist, glauben zu können. Es ist ganz allein sein Verdienst, dass du glaubst und vertraust. Nicht du selbst hast dich zu einem Christen gemacht. Das hat der Herr getan. Darum schreibt auch Johannes, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gelobt sei unser Gott dafür, der uns Glauben an ihn verlieren hat. Wenn auch du, lieber Freund, zu den Reich beschenken gehörst, die an Christus glauben und ihm vertrauen, dann darfst du dich wahrhaft glücklich schätzen und dich deines Glaubens freuen. Fehlt dir aber noch der lebendige Glaube, dann rufe mit jenem Vater in der Bibel. Herr, hilf meinem Unglauben. Gott wird auch dir in seiner Gnade Glauben und Vertrauen ins Herz pflanzen. Wenn du jetzt gern mit mir beten möchtest, dann neige gerne dein Haupt. Ich will es auch tun. Und ich bete für dich, dass Glaube in dein Herz kommt. Lebendiger Glaube von Gott. Vater im Himmel, ich bete im Namen Jesu für die Zuschauer und die Hörer dieser Andacht, die sich nach Glauben sehnen und noch so viele Zweifel ihr Leben beherrschen. Schenk du diesen Menschen, die bislang nicht glauben konnten. Schenk ihnen jetzt die Gnade des Glaubens, die Gnade des Gottvertrauens, dass auch sie zu denen gehören, die glücklich zu preisen sind. Wohl dem Menschen, der dir vertraut. Amen. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Auf Wiedersehen.